Jetzt kamen ja in den letzten Tagen mit Koch und Skiri zwei sehr erfahrene, durchaus auch hochklassige Spieler. Was können die dem Spiel der Mannschaft geben und speziell bei Koch die Frage, kann der auch zentral in der Dreierkette spielen? Ja, Robin kann natürlich mehrere Positionen spielen und hat auch in der Dreierkette schon zentral gespielt, kann auf der Sechs spielen, kann in der Viererkette Innenverteidiger spielen. Ich glaube auch, dass das deswegen auch ein Transfer gewesen ist, den wir getätigt haben, den Markus getätigt hat. Grundsätzlich sind es natürlich zwei hervorragende Spieler, die unsere jungen Spieler auch unterstützen sollen, die Führungsaufgaben übernehmen sollen mit den Führungsspielern, die wir schon haben. Es ist für mich natürlich unheimlich wichtig, gerade in den zentralen Positionen Spieler zu haben, die schon einige Dinge erlebt haben. Elias hat, glaube ich, zwei Weltmeisterschaften gespielt. Robin war bei der Europameisterschaft dabei, hat den Anspruch, nochmal Nationalspieler zu werden. Da wollen wir natürlich ihn auch dementsprechend unterstützen. Und wenn wir uns da gemeinsam entwickeln, dann glaube ich, dass jeder seine persönlichen Ziele erreichen kann, aber auch wir als Klub unsere Ziele erreichen können. Dann bleiben wir doch mal gleich beim Kader. Wie zufrieden bist du momentan schon mit der Zusammenstellung und wo gibt es vielleicht aus deiner Sicht noch Bedarf nachzulegen auf dem Transfermarkt? Ja, also grundsätzlich, wenn man sich den Kader jetzt anschaut, auch natürlich nochmal jetzt mit den Verpflichtungen, die jetzt in den letzten Tagen getätigt wurden, glaube ich, dass wir da sehr gut aufgestellt sind. Ich habe es ja schon gestern in der Runde mal kurz dann auch erwähnt, dass ich totales Vertrauen habe in die sportliche Führung. Ich kenne Markus jetzt auch schon seit einigen Jahren, habe gesehen, wie er arbeitet, habe gesehen, welchen Blickwinkel er auf Fußball hat. Nicht nur aufgrund seiner Management-Tätigkeit, sondern war selber Fußballprofi, war selber auch im Trainerwesen tätig und hat natürlich da auch einen guten Blick auf das Spiel, ein gutes Auge für Spieler. Und wenn man halt auch die Stationen sieht, auf denen er bis jetzt war, dann glaube ich, dass man da schon sagen kann, dass er ein glückliches Händchen hat für Transfers. Und da ist mein absolutes Vertrauen da in ihn, in Timo und dann insgesamt in den ganzen Verein. Und der Kader, der jetzt gerade im Moment uns zur Verfügung steht, das sieht schon sehr gut aus. Dino, du hast gesagt, du musst nicht lange überlegen. Hast du trotzdem vorher deinen Vater angerufen? Und die nächste Frage, sitzt er jetzt schon gerade vor dem Eintracht TV und guckt es sich an? Wie gespannt ist er? Ja, natürlich habe ich mit ihm Kontakt gehabt. Ich weiß nicht, ob er es jetzt im Internet verfolgt. Da hat er noch so ein bisschen Probleme. Wenn es im Fernsehen kommt, dann kann er es, glaube ich, schauen. Ja, natürlich habe ich mit ihm darüber gesprochen. Er ist auch total froh. Hat mir natürlich auch direkt seinen Startrekord unter die Nase gerieben. Habe ich gesagt, okay, ist kein Problem, den Startrekord, den kannst du behalten. Solange ich länger da bin wie du, ist es mir recht. Ja. Ja.